hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge ravenport ja wir sind bereits in folge 101 der hier macht gerade mit bahnübergang zu nähen ist nicht gut bei dem brauchen wir deswegen wenn wir den zog jetzt hier noch mal ein meterchen fahren lassen den bahnübergang schon wieder freigegeben ich weiß es nicht aber wenn wir merken so okay hier steht genau richtig unser striegel sollte hier oder müsste hier doch eine runde rest und kraut weg machen so los geht's das gilt auch für diesen freundlichen kollegen hier okay der steht hier schon mit der frischen neuen sämaschine jetzt auch noch nicht ganz so relevant sondern später die erntemaschinen steht da der zucht steht da er muss nicht mehr viel streben wir gucken einmal was mit den tieren dementsprechend ist wir hatten ja stück gespult hat aber nicht so nicht viel verschoben hier eins was langsam mehr wird es halt mist und gülle da kann man sich dann irgendwann mal überlegen haben wir damit nicht düngen zum beispiel ja noch eine alternative so haben wir noch irgendwas an bord wir haben noch minimal getreide da aber das sieht hier eigentlich auch noch ziemlich voll aus ok das ist gar kein ding nächsten tiere kommen fünf stunden ist auch kein ding mal sobald die mehr tiere kommen desto mehr rückt das ganze auch auf so wir gucken ja unkraut bekämpfung warum da jetzt hier wieder er hat hier immer so ansatz schwierigkeiten so wie es aussieht da müssen wir dann echt mal eine runde gucken ob wir das irgendwie hinkriegen hier aber die sachen sauber weg gemacht unsere spritze die ist nicht ganz so effektiv die macht kanten jetzt kommt wahrscheinlich das größte problem ja da sehen wir es nämlich wir werden gleich selber eine runde fahren und zwar über lappung fahren weil wir können natürlich jetzt nicht komplett wenden lassen weil er bleibt natürlich an den silos und so was da hängen das hilft uns natürlich kein stück wo wurde auf einmal langsamer ich hab nichts gemacht ja gut dann würde ich sagen das erledigen wir dann gleich auch mal kann es aufhören dankeschön ja entschuldigung für das räuspern kommt leider mal vor hier frage ich ein bisschen eher an habe ich da auf jeden fall schon mal kein viel streifen drinnen aufpassen ging da vorbei ein bisschen mehr überlappen dass sie auf jeden fall die kanten das alles auch mit weg und dann gucken wir mal ich werde es einfach jetzt mal gerade eine runde durchfahren wenn wir da hinten mal wenden ich versuche dann nämlich gleich schon hier die sachen vernünftige zu machen ja er hat den kram schon erledigt das müsste unser striegel dann sein der denn schon sagt ich bin fertig das ist schon mal super ich möchte aber erst dann vorspulen oder weiter vorspulen wenn wir den spaß ja auch erledigt haben so einfach ist es und ich wollte ja auch noch gucken wegen dem zusätzlichen feld ja das müssen wir jetzt auch bis zu ende durchfahren hier ja das müssen wir jetzt auch bis zu ende durchfahren hier ja entschuldigung noch mal fürs räuspern aber irgendwie habe ich mir einen froschenmahlzeiten ja und danach war sich freuen die ecken wir noch gut gespritzt ja da hat er wieder mal etwas nicht ganz richtig gemacht das natürlich aus und hier muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen nacharbeiten das kriegen wir hin so mal gucken wie es aussieht wenn wir hier starten würden weiß es nicht genau wo die kante jetzt war also gucke ich noch mal auf der karte ich glaube das erste hier wäre hier wenn ich das beim zweiten jetzt hier so ein bisschen rüberfahre hier so dann müsste ich sie hier gleich irgendwann auch mit drin haben die kante die karte so du gut die karte alles Millimeter nicht, ne? Ist klar. So. In der Drehung habe ich es jetzt auf jeden Fall weg. Richtig, wundervoll. Dann können wir den ganzen Spaß zusammenfalten. Ich werde das mal kurz unten das Striegel noch korrigieren. Und dann kann es schon weitergehen. Ja, wir haben jetzt hier oben noch nicht mal die Hälfte gebraucht. Das heißt, ich brauche ihn auch nicht auffüllen. Das ist schon mal gut. Einfachste ist eh immer, das Ganze so zu parken. Dann kann ich mich auf jeden Fall rückwärts von der Straße aus ranfahren. Das macht immer Sinn. So, wir müssen jetzt einmal zum Striegel. Da haben wir ihn. Das müssen wir mal oben drehen. So. Dann wollen wir mal. War das hier vorne noch ein Umfraut? Das hat er wohl nicht als rumfraut gezählt. So, ein kleines bisschen da an über den Lappen. Die Kante hier auch gut mitnehmen. Das sieht schon mal gut aus. Ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das gut war. Sag doch, hier wäre noch ein kleiner Fauxpas drin ist, sozusagen. Oh. Soll ich das schon noch unten lassen? Dann kann man so Kanten auch besser korrigieren. So. Ja, jetzt sieht was gut aus, würde ich sagen. Dann können wir auch ganz gute Stücke zusammenfalten. Dann gucken wir jetzt noch mal auf die Karte. Wie sieht es denn jetzt überhaupt aus? Was ist denn jetzt wo angepflanzt? Das ist im gleichen Wachstum wie bei uns. Und das hier ist Gerste, die wir ernten könnten direkt. Okay. Auch nicht doof, ne? Das ist ja die Straße, wo wir rauskommen. Das heißt also, das wäre so super weit weg. Auch nicht. Und hier hätten wir Sonnenblumen drauf. Und da haben wir auch noch Unkraut drauf. Und da ist kein Unkraut drauf. Also das gefällt aus, weil ich möchte nicht die Zuckerrüben machen. Muss man so sehen, wie es ist. Die Sonnenblumen wäre eine Möglichkeit und die Gerste ist eine Möglichkeit. Gedüngt davon ist nichts. Aber von der Wachstumstufe her könnten wir es noch düngen. Das können wir nicht mehr düngen. Vom Preis her haben wir 126.000 und 122.000. Liegt natürlich auch daran, dass das gute Stück hier wahrscheinlich ein bisschen, ne? Die 15. 1,31 Hektar. Und das andere ist die 14. Da haben wir wahrscheinlich gar keinen Auftrag für gerade, oder? Bisschen runter. Doch, die 14. Haben wir da. Ist 0,78 Hektar. Und die 16.000 ist 1,46 Hektar. Also preislich ist das locker gerechtfertigt. Ne? Das sind 0,78 Hektar zu... Ne? Wo hatte ich ihn? So 1, das ist also, ne? Eine ganze Ecke mehr. Deswegen ist der Preis auf jeden Fall auch gerechtfertigt. Und wie gesagt, wir können es noch düngen und noch mehr rausholen beim ersten Mal. Und Sonnenblumen sind in dem Sinne auch mehr wert. Das heißt, ich werde jetzt einfach hingehen und werde die 15 kaufen. Bam, schon ist es passiert. So schnell geht es. Heißt jetzt, Kartenübersicht aus. Es ist im Wachstum. Und ich muss Unkraut bekämpfen. So, ihn lasse ich da eine Runde stehen. Und hier mache ich mal meine freundliche Giftspritzaktion an. Weil hier kommen wir mal hochgefahren. Und das hier ist unser neues Feld. So, falten den Spaß hier mal auseinander. Ich werde jetzt erstmal von der Ecke hier ausgehen. Und eine Runde spritzen. So, dann werde ich den anderen Kollegen hier erstmal zur Seite fahren. Ja, jetzt haben wir zwar nur noch 29.000 auf dem Konto. Aber wie gesagt, das wird sich schon mal alleine dadurch steigern lassen. Oder sehr gut steigern lassen, dass wir ja schon gleich eine Ernte Sonnenblumen reinholen können. Unkraut befreit und wohl auch gedüngt. So. Wow. Ich weiß jetzt nicht, warum er komplett wieder zurückgefahren ist. Kann ich null nachvollziehen. Was das soll. Das, bleib ich jetzt gespannt, was er am Ende hier macht. Das ist mir zu albern, dass er jetzt rückwärts da ganz hinfahren will oder so. Das gibt's nicht. Das geht einfach nicht. So, das ist jetzt zwar ein Stück Überlappung, aber du fährst erstmal wieder. Den freundlichen Kollegen hier lassen wir die Sehmaschine Sehmaschine sein lassen. Und mit dem gönnen wir uns nämlich schon mal den Streudünger, den ich jetzt nicht mal genau weiß, wo ich ihn hingestellt habe. Aber wir schauen mal. Und dann werden wir das Feld da hinten auch noch eine Runde düngen. Und da müssen wir mal ein Stück vorspulen, weil ich glaube, wir können in der nächsten Wachstumsphase dann sogar auch noch das zweite Mal düngen und haben tatsächlich ein vollwertiges Feld. Das ist schon mal nicht schlecht. Die 16 werden wir irgendwann dazwischen auch mal kaufen, wenn nicht kein Zuckerrüben da drauf sind. Weil die Zuckerrüben sind echt, ja, nicht notwendig momentan für uns. Und wir hätten das Equipment selber auch nicht, um das zu machen. Das ist immer so der Punkt, ne? So, ja, aber, ich schau mal kurz, er macht es richtig soweit. Aber wir sind leider schon am Ende der Folge, würde ich nämlich sagen, so sieht es aus. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lassen, passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über einen Teil freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Das sage ich, vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. Bye. Vielen Dank.